Ja Hallöchen, wunderschönen guten Tag. Heute super 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 tolles Produkt, Chima da Scotta. Das ist dieser absolute ganz klasse exklusive Schaum. Damit tun wir reinigen, damit Haare waschen als Haarfestiger für Feuchtigkeit, für Tonisierung. Das ist wirklich der absolute Allraum der Schaum. Schütteln und dann kommt der Schaum schon raus. Sehr 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 schön, sehr fein und auftragen, runternehmen. Zum Beispiel jetzt bei mir, ich habe so richtig reine Naturhaare, ganz 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 feste und da habe ich immer wieder das Problem, dass ich normalerweise überhaupt nicht die Haare kämmen kann, so fest sind die und dann schieben wir der Scotta überhaupt kein Problem. Oder wenn sie mal zu viel Sonne hatten, schieben wir der Scotta drauf. Für die Pflege, Reinigung, Pflege, alles in einem Produkt. Also ich wurde schon ein paar mal gefragt vom Kunden, welches Produkt ich denn mitnehmen würde, wenn ich nur ein einziges Produkt habe. Und dann ist für mich ganz ganz klar, ich würde Schima der Scotta mitnehmen. Es ist wirklich sensationell. Es tut sehr 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 gut der Haut. Ja und nutzen Sie diese tolle Möglichkeit. Vor allem jetzt erstes Adventstürchen, zwei Schima der Scotta und Sie bekommen das dritte kostenlos dazu. Viel Spaß bei der Anwendung. Tschüss, bye bye, Ihr Ernst Kramp.